Tagstuhl bin ich ein Mami. Ich bin Vollzeit für meine Kinder hier. Also ich habe drei kleine Kinder. Man ist mit den Kindern hier und spielt. Man spielt Fussball. Ich habe auch Kolleginnen, die mit den Kindern kommen. Dann kann man mal einen Kaffee trinken. Wenn das gibt es, dann gibt es ruhige Kaffee. Dann sind die grossen Zwecke in der Spielgruppe. Dann hat man Zeit, etwas zu machen mit einer Kollegin. Ich schätze diese Zeit. Ich geniesse diese Zeit. Darum mache ich es auch gerne am Abend. Wenn die Kinder wirklich am Schlafen sind, dann organisiere ich mich. Dann habe ich Zeit, diese Demo zu machen. Ich arbeite praktisch jeden Tag mit dem Thermomix. Ich brauche es jeden Tag. Ich zeige den Leuten, was er eigentlich alles kann.